Der ist wahrscheinlich zu Burger größer als zu Kopf. Bei wem fehlt denn noch was? Keine. Mir. Pommes. Kannst meine Pommes haben. Super. Alles erst mal. Los, ich muss auf ein iPhone-Gewisch. Ich bin zu blöd, um es abzumachen. Aber irgendwie gehörte ich doch an, da hast du aber nicht so, oder? Ich muss so gut. Ich liebe es. Diese American Pie. Und dann... Triller auch noch rein. Jetzt können wir jetzt zusammen gehen. Kino brennt ab. Ich krieg's nicht hin. Immer stimmt nicht. Kennst du den Film Eat Great Love? Wenn man immer beim Kino geht, der hat Überlänge, vier Stoßen oder so. Stalik, das waren da drin. Die Kinder haben eigentlich schon vom Film mitbekommen. Dann wurden sie rausgeschmissen. Wieso? Keine Ahnung. Die waren irgendwie zu zwanzig in dem Film drin. Und die waren irgendwie noch so fünf, also neunzig. Und die haben schon beschwert, dass hinten dran so zwanzig wilde Kinder sitzen. Die haben mit Tacos und allem sich dagegen geschmissen. Dann wurden sie aus dem Kino geschmissen. Die haben vier Stoßen über... Überlänge bezahlt auch noch. Und dann wurden noch eine Stunde aus dem Film geschmissen. Ja, zwei ist ja. Ja, zwei ist ja. Oh, geil.